Spricht jetzt der Kollege Rudolf Henke. Herr Präsident! Verehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will erst einmal sagen, ich glaube, dass ein solcher Antrag in den Deutschen Bundestag hineingehört, wenn, wie der Deutsche Handverband über Emnet hat ermitteln lassen, 19 Prozent Zustimmung dafür da sind, anderen stimmen da nicht zu, aber 19 Prozent Zustimmung dafür da sind, einen kontrollierten Zugang zu einem nichtmedizinischen Cannabis-Nutzen zu ermöglichen. Also der Ort der Debatte ist in Ordnung. Mein Eindruck, ja, wo soll man es sonst machen, wenn nicht im Parlament? Also finde das schon mal völlig normal. Und ich erinnere mich auch, dass man dabei sehr individuelle, bei solchen Debatten und Auseinandersetzungen, sehr individuelle Meinungen haben kann. Ich habe als Mitglied der CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, als es um die Frage ging, ob man die bayerische Lösung für das Tabakverbot in Gaststätten nach Nordrhein-Westfalen einführt, mich gegen die damals eigene Regierung dafür ausgesprochen. Ich wollte die bayerische Lösung in Nordrhein-Westfalen haben, was den Tabakkonsum anging. Und damals waren die Grünen der Meinung, dass das so wie in Bayern gemacht und dort in einer Volksabstimmung beschlossen, richtig sei. Ich habe das als eine Art von, ja, wenn man so will, kleinen Nichtverbreitungspakt für Suchtmittel verstanden, dass der Kleiderabgeordnete Rudolf Henkel mit einer grünen Gesundheitsministerin, die sie aber erst später wurde, gehabt hätte. Und deswegen staune ich jetzt ein bisschen, ich staune jetzt ein bisschen, wie man auch unter Bezug auf den internationalen Tag des Glücks zu der Frage kommen kann, das, was wir brauchen, sei bezogen auf Suchtstoffe, auf süchtig machende Substanzen, auf Abhängigkeit erzeugende Substanzen. Nicht ein Nichtverbreitungspakt, sondern ein Verbreitungspakt. Was wir brauchen, ist doch ein Nichtverbreitungspakt für süchtig und abhängig machende Substanzen. Und der muss gesellschaftlich geschaffen werden. Und deswegen müssen verantwortliche Politiker aufhören mit der illusionären Verbreitung der Hypothese, dass Cannabis glücklich macht. Denn das ist doch die Frage, die dahinter steckt. Die SPD soll sie ja nicht glücklich machen, sondern die SPD soll sie dadurch glücklich machen, dass der Zugang zu Cannabis ermöglicht wird. Und genau das ist die falsche Botschaft an Kinder und an Jugendliche und an Menschen, die vor der Frage stehen, was, wie gehen wir mit einer solchen Substanz um. Und da würde ich von verantwortlichen Politikern erwarten, dass sie auch sagen, unsere Substanzorientierung, die in der Tat in dieser Gesellschaft weit verbreitet ist, wo wir mit materiellen Dingen Glück assoziieren, dem müssen wir mannhaft und frauhaft entgegenstehen. Dazu müssen wir sagen, weder das Nikotin macht glücklich, noch der Alkohol macht glücklich, noch das Cannabis, noch andere illegale Drogen machen glücklich. Und wenn das von dieser Debatte ausgehen würde, dann wäre das eine Botschaft an die Kinder und Jugendlichen in unserem Land. Und deswegen geht es hier eigentlich um die Frage, wie kriegen wir Generalprävention möglichst gut hin. Herr Kollege Henke, gestatten Sie zwei Zwischenfragen. Der Kollege Dr. Terpe und der Kollege Ströbele möchten diese stellen. Bitte. Hallo? Ja. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Henke, lieber Rudolf, ich weiß nicht, der Satz, der jetzt kam, kann ja sein, dass es jetzt eine ganz andere Richtung nimmt. Aber ich würde jetzt noch mal fragen, wo du im Gesetzentwurf von uns entnommen hast, dass wir die glückselig machende Bedeutung von Cannabis in den Vordergrund geschoben haben. Ich weiß nicht, wo du das hernimmst. Nein. Das war genau das Gegenteil der Fall. Und ich hoffe, dass die Ausführungen jetzt auch sozusagen zeigen, dass eben der repressive Ansatz an den Problemen, die wir natürlich mit Cannabis in der Gesellschaft haben, überhaupt nichts geändert haben, im Gegenteil sie sogar befördert haben. Also diese Einschätzung teile ich nicht, sondern meine Überzeugung ist, dass der repressive Ansatz, den wir haben, und auch das, was Sie als Polizeibeamter in Thüringen, als für sich und Ihre Kollegen als gewissermaßen fruchtlose Arbeit empfunden haben, keine fruchtlose Arbeit ist, sondern dass es beiträgt zu der generalpräventiven Wirkung, die dazu führt, dass es eben nur 18 Prozent in diesen Befragungen sind. Und ich glaube, wir müssen daran arbeiten, einen gesellschaftlichen Konsens aufrechtzuerhalten, dass auch Cannabis zu den Stoffen gehört, die man nicht nutzt. Genauso wie ich einen solchen Konsens fürs Nikotin will. Und ich will ihn auch gegen übermäßigen Alkoholkonsum. Und ich bin gerne bereit, darüber zu diskutieren, auch mit jedem aus jeder grünen Fraktion in Deutschland zu diskutieren, was können wir zusätzlich tun, um den missbräuchlichen Alkoholkonsum einzuschränken. Und was können wir tun, um Tabakkonsum zurückzudrängen. Aber das kann ich doch nicht mit Menschen machen, die gleichzeitig propagieren, dass man jetzt mit einem Kontrollgesetz den Leuten den Eindruck verschafft, als gäbe es einen quasi risikofreien Konsum von Cannabis. Das ist das Problem. Und was die Frage mit der Glückseligkeit anging, steht die nicht bei euch im Antrag. Das stimmt, die steht aber in der Frage im Raum, die der Kollege von der Linken gestellt hat. So, jetzt hat der Kollege Ströberle die Möglichkeit, seine Zwischenfrage zu stellen. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Sind Sie mit mir als Nicht-User einer Meinung, dass man Drogen überhaupt nicht nehmen soll, keine Droge nehmen soll und dass man, wenn man schon Drogen nehmen will oder muss, dass man Drogen nach ihrer Gefährlichkeit in der Gesellschaft behandeln sollte und dass, wenn man diesen Grundsatz anwendet, der Genuss von Alkohol und zwar nicht nur der übermäßige Genuss von Alkohol, sondern überhaupt der Genuss von Alkohol, weil auch das ja dazu führen kann, dass es übermäßig wird und der Genuss von Zigaretten oder Tabak viel gefährlicher sind und ein Vielfaches gefährlicher sind als der Genuss von Cannabis. Und wenn man ein billig und gerechtdenkender Mensch ist und die Drogen nach ihrer Gefährlichkeit behandelt, dann muss man zu dem Ergebnis kommen, dass wenn Alkohol und Zigaretten nicht verboten sind, und ich bin auch da gegen ein Verbot, dass dann auch Cannabis schon aus Gründen der Gerechtigkeit gleich behandelt werden muss. Weil an Alkohol und Zigaretten sterben jedes Jahr in Deutschland Zehntausende von Menschen. An dem Genuss von Cannabis stirbt kein einziger Mensch. Dabei will ich nicht bagatellisieren, dass auch Cannabis gefährlich ist, dass ich Cannabis allen abrate, das zu nehmen, aber dass das Mittel des Strafrechts ein ungerechtes Mittel ist in dem Gleichklang dieser Drogen. Deshalb bitte ich Sie, schließen Sie sich mir an, setzen Sie sich ein für ein Werbeverbot für Alkohol, setzen Sie sich ein für ein dringendes Gebot vom Konsum von Cannabis und Alkohol und Zigaretten Abstand zu nehmen, aber setzen Sie sich ein für eine Gleichbehandlung der Drogen. Nach ihrer Gefährlichkeit darf man nur Unterschiede machen. Vielen Dank, Herr Ströbler, für diese Frage. Ich will zunächst mal sagen, nach meiner Einschätzung und ärztlichen Kenntnis in der Tat, 40.000 Alkoholtote im Jahr in Deutschland, 100.000 Nikotintote, Tabaktote im Jahr in Deutschland und deswegen aller Grund dazu, die Bemühungen, die wir eben in Gang gebracht haben, mit dem Entwurf eines Präventionsgesetzes so erfolgreich wie möglich voranzutreiben. Was jetzt die Behandlung auf gleicher Ebene angeht und diese Konstruktion mit der Gerechtigkeit, finde ich, wird das einfach der historischen Ausgangslage nicht gerecht. Weil die historische Situation ist so, dass Tabak im Rückgang befindlich eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz hat. Das ist ein historischer Sachverhalt. Wir kämpfen dagegen. Wir setzen zum Beispiel Steuerpolitik ein, um den Tabakkonsum zu disinzentivieren. Das ist eine kluge Maßnahme angesichts des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses zum Tabak. Beim Alkohol ist das Kräfteverhältnis noch mal anders und komplizierter, weil es natürlich auch Daten zu einem in bestimmten Grenzen gesundheitsverträglichen Alkoholkonsum in bestimmten Fällen gibt. Ja, die Daten sind halt so, dass es auch eine kreislaufprotektive Wirkung in bestimmten Fällen entfalten kann. Insofern sind sie in einer rechtlich viel komplexeren Situation. Und was jetzt die Frage Cannabis angeht, würde ich nicht mit dem Argument, dass Sie bringen, indem ich Ihnen zustimme, dass dort große Gesundheitsgefahren vom Tabak und vom Alkohol ausgehen. Damit würde ich jetzt nicht eine weitere Gesundheitsgefahr addieren, sondern das ist ja gerade der Widerspruch, den ich Ihnen vorwerfe. Und wo ich dann sage, da werden Sie ein Stück unglaubwürdig in meiner Wahrnehmung. Bitte dafür herzlich um Verständnis. Was die Gefahren angeht, also komme ich jetzt aber auch noch mal dazu, dass ich darauf aufmerksam mache, ob Sie jetzt Cannabis rauchen oder ob Sie Tabak rauchen, haben Sie natürlich, was die Gefährdung der Atemwege angeht, was die Gefährdung der Lunge angeht, was das Provozieren von Bronchialerkrankungen angeht, Was die Frage auch von Lungenkrebs angeht, haben Sie natürlich sehr ähnliche Ergebnisse. Und was dazu kommt, sind die psychischen und sozialen Risiken. Und deswegen sage ich, es handelt sich nicht um ein vermeintlich harmloses Betäubungsmittel, sondern es ist eine Gefahr, die wir nicht unterschätzen sollten. Die kognitive Leistungsfähigkeit von Dauerkonsumenten kann stark beeinträchtigt werden. Aufmerksamkeit kann genauso leiden wie die Konzentration. Das Kurzzeitgedächtnis und die Lernfähigkeit. Was ich weiß und was ich auch zugestehe, was wahr ist, ist, dass die Frage nach Befunden, die körperliche Veränderungen zeigen, dass diese Frage nicht einheitlich beantwortet werden kann. Aber es gibt auch kernspintomographisch geführt, auch Belege dafür, dass sie im Bereich von Hippocampus und Amygdala, also bestimmten Hirnregionen, auch unter dem dauerhaften Einfluss von Cannabis, auch eine Volumenminderung haben. Also platt gesagt, sie kriegen Löcher ins Hirn, wenn sie Cannabis dauerhaft in höherer Dosis konsumieren. Oder jedenfalls eine Volumenminderung an diesen Hirnarealen. Und dass das einen nützlichen Effekt haben soll, würde ich jetzt erst mal bestreiten. Ich würde auch vermuten, dass, wenn es um Landwirtschaftspolitik ginge, sie natürlich jedem Landwirt, der jetzt anfangen würde, seine Hühner oder Hähnchen mit Hanf zu füttern, da würden sie ja wahrscheinlich auch sagen, muss sofort ein Verbot her. Das darf natürlich auch keineswegs erfolgen. Und da würde ich ja dann auch mit zustimmen. Ich will also festhalten, aus meiner Sicht brauchen wir uns nicht schämen für die generalpräventive Wirkung, die auch durch den repressiven Teil der Auseinandersetzung mit Cannabis, Besitz und Anbau ausgelöst wird, durch den Handel ausgelöst wird. Ich glaube, dass wir allen Grund haben, Ihnen selbst und Ihren Kollegen, die in der Polizei an der Aufrechterhaltung dieser Generalprävention mitwirken, als Parlament auch mal an einer solchen Stelle Danke zu sagen. Das ist keine vergebliche Arbeit. Also dafür danke. Wir haben allen Grund dazu, neben dieser repressiven Arbeit, eine präventive Arbeit zu leisten, die die Auseinandersetzung über die psychischen Gefahren und die psychischen Defekte, die Abhängigkeitspotenziale, auch die körperlichen Schäden, die ausgelöst werden können, in den Mittelpunkt nimmt. Kollege Henke, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage des Kollegen Tempel, wenige Sekunden vor Ablauf Ihrer Redezeit. Dankeschön, dass Sie die noch zulassen. Aber Sie haben jetzt mehrfach auf eine generalpräventive Wirkung des Verbots verwiesen. Da würde ich doch gerne mal wissen, woher Sie diese Annahme denn haben, dass das Verbot eine generalpräventive Wirkung hätte. Ich verweise darauf nach den Zahlen der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht aus Lissabon. Das sind Zahlen von 2011. Da ist die Lebensprävalenz von Cannabiskonsum in Holland in etwa auf das Zehntel fast genauso hoch wie in Deutschland. In Holland ist der Cannabiserwerb in Coffeeshops toleriert, nicht legal, aber toleriert. Dort droht keine Strafanzeige. In keinem Land, wo man von dem Verbot weggegangen ist, ist die Zahl der Konsumenten gestiegen. Das beobachten wir langfristig in Portugal, das beobachten wir kurzfristig in amerikanischen Bundesstaaten, selbst in der Schweiz, in anderen Ländern, wo man zumindest das Mittel der Strafverfolgung abmildert, abdämpft, wo die Gefahr einer Strafanzeige abnimmt. Es steigt die Zahl der Konsumenten nicht an. Sie reden hier aber trotzdem von einer generalpräventiven Wirkung. Sie reden auch von einem Signal, was eine Legalisierung bedeuten würde. Sie wissen aber schon, dass ein Verbot immer ein Grundrechtseingriff in die Rechte der Bürger ist. Manchmal legitim, manchmal nicht legitim. Auf alle Fälle gibt es dafür einen verfassungsmäßigen Grundsatz, nämlich den der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, ein Verbot darf nicht, dass die Abschaffung irgendein Signal bedeutet, sondern ein Verbot muss funktionieren. Geeignet, erforderlich, angemessen. Die Hälfte aller Strafrechtsprofessoren, über 120 in Deutschland, hat festgestellt, dass genau diese Verhältnismäßigkeit in allen drei Punkten, geeignet, erforderlich, Angemessenheit, nicht gewährleistet ist und hat deswegen eine Resolution an den Deutschen Bundestag gestellt. Übrigens, nur sieben Strafrechtsprofessoren haben deutlich geäußert, dass sie sich dieser Resolution nicht anschließen wollen. Die anderen haben sich einfach nicht beteiligt. Aber mehr als die Hälfte aller Strafrechtsprofessoren in Deutschland hat aktiv gesagt, dass die verfassungsgemäße Verhältnismäßigkeit dieses Verbots nicht gegeben ist. Weder geeignet, noch erforderlich, noch angemessen. Sie reden aber trotzdem von einer generalpräventiven Wirkung. Woher nehmen Sie da irgendwelche Zahlen? Wie ist das belegt? Sagen Sie das hier einfach aus Ihrem Bauchgefühl heraus? Oder gibt es da irgendwelche belegbaren Zahlen? Die würde ich mir natürlich dann ganz gerne angucken. Ja, zunächst mal... Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst mal, Herr Kollege, gibt es ja keinen Zweifel, dass die Akzeptanz von Nikotin und von Alkohol, die also der Erlaubnis unterliegen, natürlich viel verbreiteter ist als die von Cannabis. Das heißt also, durch die Tatsache, dass wir dort mit einer Substanz zu tun haben, deren Besitz und deren Handel und deren Herstellung, deren Anbau strafbar ist, haben Sie jedenfalls schon mal eine günstigere Relation in der Wahrnehmung dieses Risikos, als Sie es bei den anderen, jedenfalls von den Grünen, beklagten Suchtstoffen haben. Das heißt, ich finde es jedenfalls hoch widersprüchlich zu sagen, der Beleg dafür, dass es keine generalpräventive Wirkung des Verbotes gibt, liegt darin, dass der Konsum niedriger ist, als es bei anderen Suchtstoffen der Fall ist. Und deswegen glaube ich, dass man schon davon ausgehen kann, dass das existiert. Jetzt haben Sie natürlich recht mit der Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Wenn Sie die Verhältnismäßigkeit nehmen, das würde ja im Zweifel verfassungsrechtlich geprüft werden müssen, kann man feststellen, dass wir wissenschaftliche Befunde in Hülle und Fülle haben, die die diagnostizierte Substanzabhängigkeit für Cannabiskonsumenten nachweisen. Dass wir rund 20 Prozent der regelmäßig konsumierenden Personen mit den Kriterien eines schädlichen Gebrauchs nach F10.1 in der internationalen Diagnosenskala haben, dass wir bei 10 Prozent von denen eine Abhängigkeit sehen, dass wir nach den Daten von Peterson und Thomasius aus 2007 bei etwa zwei von drei Cannabis abhängigen eine körperliche Abhängigkeitssymptomatik mit und ohne Toleranzbildung finden. Und dass wir ja zudem auch sehen, dass die Entwicklung einer Psychose durch Cannabiskonsum um das zwei- bis dreifache wahrscheinlicher wird als in der Normalbevölkerung. Und je jünger die Konsumenten sind, umso größer ist das Risiko. Ich glaube, man wird sich um solche Argumente, die im Grünen Antrag übrigens ja, wenn auch in einer, ich würde jetzt mal sagen, homöopathischen Dosis, in einer homöopathischen Dosis aber angesprochen sind, mit diesen Argumenten würde man sich dann hinsichtlich der Frage der Verhältnismäßigkeit auseinandersetzen müssen. Wenn es diese Verhältnismäßigkeitsfrage gar nicht gäbe, dann würden ja die Grünen auch nicht schreiben, dass man verhindern muss, dass Kinder und Jugendliche an diese Stoffe herankommen. Das ist ja natürlich auch ihr eigenes Ziel. Und insofern haben wir an dieser Stelle einfach dann eine möglicherweise politische Kontroverse über die Frage der Bewertung der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Meine Prognose ist, dass das Bundesverfassungsgericht an der Stelle dem Gesetzgeber eine große Einschätzungsprärogative zubilligen würde, sodass wir das dann zu beurteilen hätten. Und ich sage Ihnen ja, welche Einschätzung wir dabei haben. Ich will schließen mit dem Hinweis darauf, es ist deswegen wichtig, damit es niemand missversteht, dass die Bundesregierung ja bekräftigt hat, schwer chronisch erkrankten Patientinnen und Patienten den Zugang zu Cannabis-Arzneimitteln erleichtern zu wollen, hierzu die betäubungsmittelrechtliche Verkehrs- und Verschreibungsfähigkeit zu erweitern und Regelungen über einen Erstattungsanspruch in der gesetzlichen Krankenkasse zu schaffen. Das heißt also, dass ein legaler Gebrauch von THC-reichem Cannabis nur für medizinische Zwecke und nur mit ärztlicher Therapie vertretbar wäre. Das ist eine Position, die wir als Union nicht beanstanden und nicht kritisieren, sondern stützen. Und insofern glaube ich, werden wir an dieser Stelle auch eine Veränderung erleben. Aber wir werden, glaube ich, keine Veränderung in dem Sinne Ihres Gesetzes erleben. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Abschließende Rednerin zu dieser